Leute, was geht ab? Ich bin zuerst eure Lieblings-Tussi von dm und ich zeige euch jetzt eine Haarpflegerei, die wirklich für mich eine der besten in der ganzen Drogerie ist. Und zwar, wenn ihr trockene Haare habt, ist diese Reihe von Elvital wirklich richtig, richtig klasse. Du hast ein Shampoo, du hast eine Spülung, du hast eine richtig tolle Sprühkur. Ein komplettes Paket für unter 30 Euro, was sehr pflegend ist für trockene Haare, was ich wirklich empfehlen kann und was für mich eine der besten Haarpflegereien im ganzen Sortiment hier ist. Das war's, folgt mir gern für mehr.